Juhu, es ist mal wieder Zeit für eine Demo und das ausnahmsweise aber nicht im Rahmen des Demo Donnerstags. Wenn ich so lange warten würde, wäre ja schon fast die Vollversion von dem entsprechenden Spiel draußen, nämlich von... The Legend of Heroes, hätte ich fast gesagt, andersrum. The Legend of Zelda Triforce Heroes. Klingt auch nicht schlecht, The Legend of Heroes Triforce Zelda. Aber egal, starten wir das Spiel? Ich habe vorhin schon eine Runde gespielt mit zwei anderen Leuten übers Internet. So lange, bis einer dann sagt, ich verpiss mich einfach mal und lasst euch da zurück. Ja, vielen Dank auch. So, 2015 von Nintendo, co-developed by Grezzo. Die lassen in letzter Zeit ziemlich oft von sich, wenn was Zelda angeht. Aber gut, starten wir das Spiel. Jetzt muss kurz laden. Und schon sind wir hier und ich heiße Nago. Ich habe mich irgendwie auf diesem 3DS Nago genannt. Und vielleicht weiß der ein oder anderes von euch ja, Nago ist mein böser Zwillingsbruder aus Tomodachi Life. Oho, ein Heldenkandidat. In diesem Raum suchst du über die drahtlose Verbindung mit Streiter, um das Lumpenland zu erkunden. Meine Aufgabe ist es, euch Heldenkandidaten gut auf den Weg dorthin zu bringen. Dies ist das Triforce, der einzige Eingang zum Lumpenland. Wenn sich drei Helden auf ihm zusammenfinden, entfaltet es seine Macht und transportiert euch dorthin. Solange du allein bist, wird sich dir der Weg nicht öffnen. Suche über die drahtlose Verbindung mit Streiter. Dein Name wird übrigens für deine Mitstreiter sichtbar sein, also sollte ich mich unbedingt Nagi nennen. Also benimm dich bitte. Wenn du bereit bist, dich ins Lumpenland zu wagen, wende dich an mich. Okidoki, aber vorher mache ich eure Krüge kaputt. Yeah! Das war befriedigend. Und bei diesem netten Typ oder Mädel, ich weiß es gerade nicht, können wir unsere Namen ändern. Diese spitzen Ohren, sehr schick. Oh, entschuldige, war das komisch? Wenn ich etwas Schickes sehe, kann ich mich immer kaum zurückhalten. Wie kann ich dir denn helfen? Du kannst meinen Namen ändern, weil nur du hast die Macht dazu. Du möchtest deinen Namen ändern? Aber denk daran, auch wenn du noch Helden der Probezeit bist, verwende keinen verholen piepelten Namen. Ähm, werde ich schon nicht. Keine Angst. Der Name, den du eingibst, ist für andere Spieler sichtbar. Gut. Und ich möchte bitte Nagi heißen, das wäre sehr schön. Nagi? Schicker Name. Gefällt. Brauchst du sonst noch was? Da die seine Demos und ich sonst nichts mehr machen kann mit dir. Nein, danke. Jetzt kann man schon das Helden-Sein ausprobieren. Wir leben wirklich in der Zukunft. Oh ja, deswegen benutzen wir auch immer noch Schwerter und magische Items. Oh, wir leben sowas von in der Zukunft. So, jetzt bin ich bereit. Du darfst nur um 3er-Teams-Lumpen-Land aufbrechen. Wie möchtest du nach Mitstreitern suchen? Lokales Spiel, Online-Spiel oder Download-Spiel? Download-Spiel ist hier nicht möglich und selbst wenn ich habe gerade niemanden hier, der das Spiel mit mir spielen könnte. Also müssen wir ein Online-Spiel nehmen. Dann suchen wir über das Internet nach Mitstreitern. Was für Mitstreitern möchtest du suchen? Unbekannte Helden oder Freunde? Ja, ich habe ja gedacht, man kann mit Freunden übers Internet spielen und habe ein paar Leute über YouTube zusammengetrommelt, mit denen ich eigentlich spielen wollte. Bis wir dann gemerkt haben, oh, es tut mir leid, aber du kannst in der Demo-Version nicht mit Freunden spielen, weil wir Deppen von Nintendo das nicht vernünftig durchdacht haben. Oh Mann. In der Vollversion wird es jedoch möglich sein, mit Freunden am Team zu bilden. Ja, es hat leider nicht unbedingt jeder 40 Euro, um sich das Spiel zu holen. Von daher, lassen wir es mal so da stehen. Es wird auch möglich sein, einen Unbekannten zu suchen, der mit dir und einem Freund spielt. Das ist sehr beruhigend. Gut, dann suchen wir eben unbestreite, unbestreite, unbekannte Helden. Mein Gott. Stellen eine Verbindung zum Internet her. Allzu lange kann es nicht mehr dauern. So, und wir sind connected. Oh, wir haben schon jemanden. Der Viktor. Ich bin blau. Nice. Ich mag blau. Blau ist immer gut. Aber uns fehlt noch ein dritter Kandidat. Erst mal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Hey, du kannst auch mal ruhig Hallo sagen. Ähm, du, du weißt schon, dass wir ohne dritten Spieler nicht weiterkommen. Jetzt sind wir zu dritt. Viktor und Josh stellen sich zu uns. Hallo. Hallo. Auf geht's. Ja, komm. Ist ja gut. Josh, wir warten auf dich. Jetzt so oft das Bild anzugucken. Stell dir auf das verdammte Triforce. So, und ich gehe mal. Man kann sich zwischen drei Dungeons entscheiden. Ich gehe mal in den Feuertempel, weil ich den vorhin schon zur Hälfte gemacht habe und dementsprechend ein bisschen Erfahrung habe in diesem Dungeon. Der Josh ist anscheinend der gleichen Meinung und es muss connecten. Hoffentlich geht der Viktor jetzt nicht einfach offline. Jo, läuft echt super. Wir sind schon fast sechs Minuten dabei und wir haben noch nichts erreicht. Und da bestehe ich wieder ganz allein und keine Verbindung ist zustande gekommen. Online-Spiel. Unbekannte Helden. Läuft, ne? Also, bisher super Spiel. Vielleicht finde ich jetzt kompetentere Leute. Ah, wir sind jetzt wieder zu dritt. Ich bin wieder blau. Luke und Xander. Hallo? Hallo? Hallo. Das ist doch mal nett, dass alle Hallo sagen. Auf geht's. Jo. Auf in den Feuertempel. Luke ist der gleichen Meinung wie ich und einstimmig. Und wir können uns ein Gewand aussuchen. Haben natürlich aber auch ein Zeitlimit auf unserer Backe hängen. Wirkt so ein bisschen wie so ein Arcade-Spiel. Da hat man ja auch meistens ein Zeitlimit. Und ich nehme mal die Wirbelrüstung. Herziges Kleid. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich von dieser Entscheidung halten soll, dass du Zeldas Klamotten trägst. Im Lumpenland teilen sich die drei Helden ihre Herzen. Und davon haben wir ja so einige. So. Ich nehme den Windkrug, drücke Y, um verschiedene Dinge wegzupusten. Das ist jetzt erstmal sehr wichtig, weil ohne diesen Pot kommen meine Kollegen nicht auf die andere Seite. So, stellt euch mal da schön auf und ich puste euch mal darüber. Der holt mich mit dem Bumerang. Das ist sehr nice. Du kannst mich ruhig wieder runterlassen. Und es öffnet sich ein Tor. Was mag auf der anderen Seite die... Oh, der hat Pegasus-Stiefel. Aber ich glaube, die habe ich auch, oder? Ja, die habe ich auch. Na, die hat ein Herz gefunden. Luke hat ein Herz gefunden. Ach, ist das nicht schön, dass das alles so da präsentiert wird. Dass wir es auch alle sehen können. Ah! Mein Arsch! Er brennt! Ich glaube, um die Schalter müsst ihr euch kümmern. Ich glaube... Oh, ich kann doch... Ich dachte, ich kann ihn nicht mit meinem Windkrug aktivieren. Jetzt aber! Ist schon lustig, diese Mimik-Funktion. Auch wenn nicht gerade viel zur Auswahl steht. Also irgendwie gefällt mir das Spiel jetzt schon. Zumindest ein bisschen. Nein! Warum nein? Ah! Wir müssen hier gegen einen Endgegner kämpfen. Oh nein! Warum mache ich das auf? Wir hatten ja volle Energie! Verdammt! So, wir müssen hier die Bomben, die der Gegner nach uns wirft, abfangen. Genau so. Und dann kommt er hier rüber. Und... Bam! Ob ich das noch schaffe... Und los! Wirft das Ding! Warum wirft er den in die Lava? Mein Gott! Leute, ihr müsst zusammenarbeiten! Was anscheinend gar nicht so einfach ist. Und schon wieder hat es mich erwischt. Okay, er will, dass ich ihn aufpicke. Ah, er will Pfeil und Bogen verwenden. Jetzt verstehe ich. Wo ist er? Naja! Hat ja doch einigermaßen geklappt. Wenn auch nicht so wie geplant. Aber wir bekommen weiteren Besuch. Was wird das denn, Mann? Alter! Totem, Funktion und... Warum schießt du mal daneben, Mann? Du musst ein bisschen früher schießen. Wir haben übrigens nicht mehr so viele Herzen, falls es dir entgangen sein sollte. Leute, was macht ihr? Ihr müsst ein bisschen auf eure Energie achtgeben. Alter, wirft die Bombe weg! Nein! Warum? Verdammt! Da kann man ja runterlaufen! Vorsicht! Ja! Ich habe es gemerkt, dass wir fast tot sind. Also irgendwie hat Pfeil und Bogen nicht sonderlich viel Effekt. Ich meine, die Attacke macht zwar Schaden, so wie es ausschaut, aber nicht viel. Jo! Jo! Xander! Hast du... Gut gemacht! Aber wir haben ja noch ein paar Leben. Zwei, um genau zu sein. Also, ich glaube, Leute, wir sollten echt die Bomben nehmen, also Items, 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 Items einsetzen. Warum hebt ihr die Bombe nicht auf? Ich hab noch A gedrückt. Nein, Alter, ich heb dich diesmal nicht mehr auf. Kannst du knicken. Oh, Link, hebt doch die Bombe auf. Warum hebt er sie nicht auf? Weil ich nicht direkt davor stehe? Okay, die beiden machen weiterhin die Strategie mit Pfeil und Bogen. Dann kann ich ja die Bomben aufpicken. Oh, sie haben es geschafft. Und ich bin voll in die Luft gegangen. Das ist sehr gut. Was scheint da doch mit Pfeil und Bogen zu klappen? Jetzt kommen natürlich noch zwei weitere Hampelmänner. Und ich treffe natürlich nicht. Luke ist abgestürzt. Nein, Luke! Möge die Macht mit dir sein, Kollege. Jetzt aber! Bam! Mal eben ein Herz abgreifen. Ja, ich hab keine wirkliche Wurfreichweite. Autsch! Das hat geschmerzt. Ich würde ja sagen, ich überlasse es euch beiden, aber ich will auch nicht hier so tatlos rumstehen. Aber es sieht ganz gut aus. Wir haben bisher nur ein Herz verloren. Ja, einer ist weg. Ja, ich würde auch gerne Emotion machen, aber ich muss mich gerade auf den Kampf konzentrieren, Leute. Verdammt! Ah, verdammt! Manne, 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 meine Wütung wollte ich sagen. Der hält ganz schön viel aus. Endlich haben wir es geschafft. Yay! Oh, Party, 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 Party! Vorsicht! Wartet, Leute, ich will eben noch das Herz hier mitnehmen. Das ist sehr wichtig, dass wir bei voller Gesundheit bleiben. So, dann gehe ich hier hin, du gehst an und juhu! Ab in den dritten Abschnitt des Feuertempels. Die gehen schon mal voraus, ich laufe nach. Und das habe ich schon gemacht hier. Wir müssen jetzt ab, verdammt, 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 verdammt! Ich brenne, ich brenne! Es tut so weh! Ja, Leute, das ist eigentlich nichts, sondern Zweck der Sache, hier raufzukommen. Ich hole erst mal ein Herz vor uns. Ja, Leute, wir müssen diesen, wir müssen diesen Block schieben. Nein, Leute, wir müssen den Block schieben! Nein, wir müssen... Leute, wir müssen kein Item verwenden, wir müssen den Block schieben! Was hat der vor? Ja, wir... Da kommen wir nicht hoch, weil der Schalter ist auf der anderen Seite. Also, den Schalter kann man nur von der anderen Seite erreichen. Ja, vielen Dank! Habt ihr gut gemacht, Leute! Ach ja, ich brenne mal wieder! Leute, wir müssen einfach nur diesen Block schieben! Könnt ihr nicht meine Gedanken lesen! Schiebt den scheiß Block! Mann! Lasst mich runter, Grünling! Wir müssen... Leute, wie oft soll ich das noch sagen? Wir müssen den Block schieben! Ja, komm! Jetzt trollst du mich nur! Wir müssen... Äh, verdammt, verdammt! Ich hab nicht aufgepasst! Oh ja! Kann ich mal da, wo wir den Block schieben, müssen wenigstens mal kein Feuer sein! Oh, Mann! Hört auf, mich hochzuheben! Seht ihr denn nicht, dass wir nicht an den Schalter rankommen? Guckt! Wir kommen nicht da durch! So, du kommst jetzt erst mal hierher und hier hoch! Mach die Krüge auf! Jo! Sehr gut! Ja, ist ja gut! Ich bin ja auf dem Weg, Xander! Ich hoffe, ich krieg dich da rüber! Nein! Nein! Sorry! Sorry, Mann! Sorry! Es tut mir leid! Jetzt wirf den Typ doch! Ja, wirf! Wirf ihn doch! Sie fallen beide runter! Leute, ich glaube, wir schaffen das heute nicht mehr! Hierher! Komm zu mir, Leute! So, du jetzt da hoch! Aufmachen die Dinger! Yeah! Wir haben wenigstens noch zwei Herzen! Und jetzt kommt her und schiebt den Block mit mir! Bitte! Okay, sie stehen auf der anderen Seite und wollen schieben! Ja, wir müssen schon alle auf derselben Seite schieben, Leute! Also! Oh, Mann! Das ist nur der einfache Demo-Dungeon und wir kriegen es nicht auf die Reihe! Ja, aber wir werden wahrscheinlich jetzt verbrutzelt! Ja! Ich wusste es! Aber immerhin haben sie jetzt verstanden, dass wir den Block schieben müssen! Ich hoffe es! Auf an Neues, Kameraden! Diesmal schaffen wir es! So, kommt alle! Oh, Mann! Hätte die Startposition des Blocks sich ein bisschen günstiger ausfallen können, Leute! Wartet erst mal, wartet! Kommt wieder Feuer raus! So, jetzt weg da! Oh, Mann! Warum lässt Link den Block denn nicht los? Oh, sorry! Also, was sag ich? Sorry, er hat mich ja aufgehoben! Noch ein bisschen... Noch ein bisschen weiter! Alter, was macht ihr hier? Wir sind gleich schon wieder hinüber! Das ist unser letztes Leben! Oh, Mann! Sag mal, seid ihr... Seid ihr so dumm oder tut ihr nur so? Wir müssen jetzt den Block hier hinschieben! Da, wo der Mütter das Feuer rauskommt! Damit wir an den Schalter da oben rankommen! Okay, ich glaube, sie haben es gerallt! Alter, zieh! Nein, das war zu weit! Brüder, stirb jetzt bloß nicht! Nein! Du musst zu uns rüberkommen! Oder... Ja, von der Seite geht's auch! Nein! Lass mich los! Oder ja, er wirf mich da hoch, dann hole ich uns ein paar Herzen! Oder ein Herz wenigstens! Yeah! Okay, ich wollte dich eigentlich da hochwerfen, aber du kannst natürlich auch so da langlaufen! Jetzt schmeißt mich bloß nicht in die Lava! Ich war natürlich, Kollege! Schmeiß mich nicht in die Lava! Ziehen! Grüner, ziehen! Nein! Das ist schon wieder zu weit! Oh, fuck! Nein, ich schaff's nicht rechtzeitig! Geh weg! Geh weg da, Mann! Geh weg da! Jetzt aber! Totemzeit! Und... Hoch da! Und jetzt bitte aktiviere diesen Schalter da oben! Ja! Nach einer gefühlten Viertelstunde haben wir es endlich geschafft! Oh, ich bin außer mir vor Freude! Jetzt wartet bloß nicht auf mich! Wartet bloß nicht auf mich, Leute! Und lasst euch jetzt auf jeden Fall noch von diesen Viechern da besiegen! Nein! Nein! Mach's weg! Leute, denkt doch mal an meinen Blutdruck! Ähm, okay! Da sollte eigentlich was rauskommen, aber es ist irgendwie nicht passiert! Und der Feuerdämpfer hat noch einen Abschnitt! So schnell kommen wir heute nicht raus! Aber so wie ich das kenne, dürfen wir jetzt bestimmt einen Boss besiegen! Ja, wer wird das sein? Das hat Glubschaugen! Moldorm ist unser Gegner! Wie werden wir ihn bloß besiegen? Aua! Oh Gott, Totem! Sollen wir einen Totem machen? Ah, wir müssen die Rückseite angreifen! Das ist ja nicht so schwer! Ja, sagt der Nagi, der sich immer wieder treffen lässt! Okay, Leute! Guckt mal, ob wir auch irgendwo Herzen sind! Ich kümmere mich um den Endgegner! Ich möchte mich eigentlich gerne um ihn kümmern! Aber manchmal denke ich, ich steuere den grünen Link! Ob wir das noch schaffen, Leute? Oh nein! Link in grün ist tot! Haben wir noch ein Leben? Zählt die Null auch noch? Okay, die Null zählt auch noch! Das ist unsere wirkliche letzte Chance! Also, Leute, gebt alles! Ich will hier heute noch ein brauchbares Ergebnis vorweisen können! Oh Mann! Der braucht auch erstmal eine halbe Stunde, bis er seinen Schwachpunkt ausfährt! Okay, er ist hinter dem Roten her! Roter, lauf mal weg! Lauf mal weg! Grün! Er sucht nach Grün! Gut, dann ist das meine Chance, ihn anzugreifen! Blau! Oh, ich bin es! Oh! Er hat mich zu dem Leben hochgeworfen! Sehr gut! Gut mitgedacht! Oh Gott, wir müssen das Totem benutzen, um an seinen Hinterteil zu kommen! Ja, kann man mal diese ganzen Texteinblendungen da wegmachen? Die sind nicht gerade... ...fördern für unseren Sieg! Was ist das? Nein, er ist immer noch da! Grüner, lauf! Lauf mal neben! Lauf, lauf, lauf! Rot! Komm her! Rot, komm her! Oder ich mach's! Okay, hier oben sind noch ein paar Herzen! Grüner, komm mal her! Wir müssen hier dem... Oder ich mach's wieder! Ja, lauf doch nicht direkt da rein! Okay, kann der vielleicht mal langsam sterben? Das wird irgendwie so langsam leicht langweilig! Alter, wirf mich weg! Wirf mich weg! Grüner, komm her! Oder... Ja, ich mach's wieder! Kein Problem! Jetzt red er durch! Jetzt hat er die Schnauze echt voll! Ja, hochheben! Hochheben, Leute! Nein! Ah, Mann! Warum dauert der auch so scheiße lange? Ja, es war wahrscheinlich meine Schuld! Ich hätte ihn früher hochheben müssen, aber... Die halten ja auch nicht still! Nun gut! Da der Feuertempel dann nicht geklappt hat... Ich würde sagen, nehmen wir mal einen anderen... Sprengstofflager! Gehen wir da hin! Oh, jeder hat sich für was anderes entschieden! Okay, wir gehen ins Sprengstofflager, aber das mache ich dann in der nächsten Folge! Ich werde jetzt einfach direkt konstant aufnehmen und das einfach schneiden! Untertitelung des ZDF, 2020